Der beste Gaming Monitor in 2023 Der richtige Gaming Monitor ist das A und O für jeden Gamer. Er muss schnell reagieren und eine klare Auflösung haben. Schließlich will man ja nicht, dass die Auflösung so schlecht ist, dass man den Gegner erst sieht, wenn er einen schon längst ins digitale Jenseits befördert hat. Doch die Auswahl ist groß und die Entscheidung schwer. Ich habe für dich die drei besten Gaming Monitore aus verschiedenen Preisklassen herausgesucht, um dir beim Kauf zu helfen. Den Link zu den Gaming Monitoren findest du in der Beschreibung direkt unter dem Video. Starten wir direkt mit dem günstigsten Monitor. Der Corui 27 Zoll QHD Gaming Monitor ist ein leistungsstarker Bildschirm, der speziell für Gamer entwickelt wurde. Mit seiner QHD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixel bietet der Monitor gestochen scharfe Bilder und eine hohe Detailgenauigkeit, die für die meisten modernen Spiele erforderlich ist. Eine besondere Eigenschaft des Gaming Monitors ist seine hohe Bildwiederholrate von 144 Hz. Dies bedeutet, dass das Bild auf dem Monitor bis zu 144 x pro Sekunde aktualisiert wird, was für eine sehr flüssige und ruckelfreie Darstellung sorgt. Zusammen mit der geringen Reaktionszeit von nur einem Millisekunde ermöglicht dies eine schnelle und präzise Steuerung von Spielen, insbesondere von schnellen. AMD FreeSync unterstützt hier flüssiges Gaming. Der Monitor ist außerdem mit verschiedenen Anschlüssen ausgestattet, darunter HDMI, DisplayPort und DVI, sodass er mit den meisten Computern und Spielekonsolen verbunden werden kann. Auch die Ergonomie wurde bei diesem Monitor berücksichtigt, mit einer verstellbaren Höhe und Neigung, um den perfekten Betrachtungswinkel zu gewährleisten. Insgesamt bietet der KORUI 27 Zoll eine hervorragende Leistung und Qualität für alle, die auf der Suche nach einem hochwertigen Bildschirm sind. Sind dir 27 Zoll zu klein und du willst einen größeren Gaming Monitor, dann kann ich dir den Monitor von Dell empfehlen. Hier bekommst du einen großen 34 Zoll Monitor mit sehr guter Technik. Der Dell Gaming Monitor ist ein High-Performance Monitor, der speziell für Games entwickelt wurde. Mit der AMD FreeSync Premium Technologie kannst du nahtloses Gameplay mit geringer Latenz genießen, sodass du keine kritischen Details mehr verpasst. Das neue Downlight bietet zusätzliche Beleuchtung, die besonders bei schlechten Lichtverhältnissen von Vorteil ist. Die Lüftungsschlitze auf der Rückseite des Monitors sorgen für verbesserte Wärmeabgabe, sodass du den ganzen Tag lang bequem spielen kannst. Der schlank gestaltete Ständer des Monitors ist höhen-, neigungs- und schrägverstellbar und bietet dank der abgewinkelten Basis stabilen Halt und eine kleinere Stellfläche. Der Dell Gaming Monitor bietet auch benutzerdefinierte Profile und Funktionen wie Timer, FPS Counter und Dark Stabilizer, die dir helfen, die Bildwiederholrate, Helligkeit und Schattensteuerung zu verwalten. Mit den Tasten auf der Rückseite des Monitors kannst du einfach in den OSD-Menüs navigieren und Einstellungen auswählen. Die Steuerung der Helligkeit über Gleichstrom sorgt für ein flimmerfreies Bild, während die Softwarelösung die schädlichen Blaulichtemissionen reduziert, um deine Augen beim Spielen zu schonen. Insgesamt bietet der Dell Gaming Monitor ein ausgezeichnetes Gaming-Erlebnis mit hoher Klarheit, schnellen Reaktionen und zusätzlichen Funktionen zur Personalisierung und Verbesserung beim Zocken. Das ultimative Spiele-Erlebnis bekommst du mit dem Benk Mobius. Der Benku Mobius X3410R ist ein gebogener Gaming Monitor, der für alle entwickelt wurde, die auf der Suche nach einem immersiven und realistischen Spielerlebnis sind. Er verfügt über ein 34 Zoll Curb Display mit einer WQHD-Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln, was bedeutet, dass das Bild gestochen scharf und detailliert ist. Der Monitor hat eine Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und eine schnelle Reaktionszeit von 4 ms. Kunden. Der Benku ist auch mit EMD-Fräsungs-Technologie ausgestattet, die sicherstellt, dass das Bild synchron mit der GPU des Gaming-PCs ist und somit Ruckler und Verzögerungen verhindert. Der Monitor verfügt auch über eine Vielzahl von Bildmodi, darunter ein Cinema-Modus, der das Bild für Filme optimiert, und ein Low-Blue-Light-Modus, der das blaue Licht reduziert, um die Augen zu schonen. Der Monitor verfügt auch über eine Vielzahl von Anschlüssen, darunter HDMI, Displayport und USB-C, sodass du ihn leicht mit anderen Geräten verbinden kannst. Meine Empfehlung als bester Gaming-Monitor in 2023. Insgesamt hängt die Wahl des besten Gaming-Monitors von den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben jedes einzelnen ab. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Like da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!